Hey Jan, ich weiß gar nicht wie ich dieses Video anfangen soll. Erstmal wünsche ich dir alles Gute zur Geburt deiner Tochter. Ich bin jetzt seit über 3 Jahren schon am Start und ich weiß gar nicht mehr wie es ist, nicht jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag dir beim Zocken zuzuschauen. Momentan ist es ein bisschen schwierig bei mir, weil ich viel arbeite und dadurch nicht jeden Stream dabei sein kann. Aber es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Ich bin auch sehr dankbar darüber, dass ich bei dir im Stream-Mob bin. Es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass du mich da ausgesucht hattest, als ich mich damals so angestrengt und bemüht habe. Also ein dickes Dankeschön dafür. Ich würde jetzt in dem Video auch noch viel mehr sagen, wofür ich mich auch bedanken könnte, aber dann würde das Video viel zu lang werden. Ich habe ein kleines Recap vorbereitet mit Clips, die du später deiner Tochter zeigen könntest oder vielleicht auch nicht. Also manche sind dabei, die solltest du auf jeden Fall nicht zeigen. Zwischendurch kommen auch nochmal Glückwünsche von anderen Personen. Also, viel Spaß. Hey Jan, ich wünsche dir, deiner Frau und der kleinen Madame alles Gute zur Geburt, viel Energie für die nächsten 18 Jahre und sei nicht traurig, wenn die Kleine schon jetzt mehr Haare hat als du. Ich kann es einfach nicht fassen. Der wird Vater? Genau das habe ich nicht gedacht, als ich das erste Mal gehört habe, dass du Vater wirst. Ganz im Gegenteil. Eben weil wir uns schon so lange kennen, weiß ich ganz genau, du wirst einen großartigen Vater abgeben. Du wirst deine Tochter mit Liebe und Geborgenheit überhäufen, wirst ihr Fels in der Brandung sein, ihr die Schamesröte mit deinen Dad-Jokes vor ihren Freunden ins Gesicht treiben und ihrem Freund ein Vier-Augen-Gespräch bieten, das seinesgleichen sucht. Glücklicherweise ist ihr Natursekt sehr genehm. Daher wird dir auch das ganze Windeldilemma keine Probleme bereiten. Von uns allen herzliche Glückwünsche an die frisch gebackenen Eltern. PS. Ich beneide nicht den Schmock, der deiner Tochter jemals Unrecht antun sollte. Denn wir stehen hinter euch und würden so ein Unrecht niemals ungeschoren davon kommen lassen. Alles Gute. Hey Jan, 31 Monate bin ich jetzt schon sub bei dir und 31 Monate bereichertest du mein Leben mit deiner offenen und lustigen Art. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, nicht jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag darauf zu warten, dass du online kommst, um mich und die Community mit deiner einzigartigen Weise zu unterhalten. Ich wünsche dir vom ganzen Herzen das Beste für dich und deine Familie. Ich bin davon überzeugt, dass du ein großartiger Vater wirst. Ach, und hoffentlich arbeitest du in Zukunft daran, mehr auf das Spiel zu achten und weniger auf den Chat. Einfach mal wieder Lidl, irgendeine russische Wochen, da habe ich mir dann so ein paar Teichchen geholt. Ja, Borscht, so. War, glaube ich, im Glas, wenn ich das nicht oder in der Dose. Weißt du, so, für den Vorrat. Habt es aber schon längst aufgegessen, weil es so geil ist. Was trinkst du am... Ananda eingenommen? Wow, ich bin schon das Spiel. Ich habe gesagt, es ist keine Brünnenmaschinen. Schweren. Wenn du einen Raummarkt hast, du eins davon verkaufen kannst und du willst, dass es unmöglich viele kaufen. Ich gebe zu. Ich habe einen Fehler gemacht. Alles gut, dann ist alles gut. Ich habe es im Griff gehabt. Kannst du dir nicht vorstellen. Mein Arm ist es lange genug jetzt hier, ich kann jetzt nicht. Ich bin nur noch im Leben. What the fuck? Ich dachte, alle Jahre, ich bin tot. Hype Train-Emote. Leute, tut, 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 tut. Vielen Dank. Ich probiere mein Glück. Ich bin komplett neben der Spur. Gamehack stinkt. Das ist halt so eine Seite, wo ich bin da, wo man sich Punkte verdienen kann, wenn man so dumme Aufgaben macht. Nach 1,20 ist die Zeit noch immer übergegangen. Ja, wir machen später bestimmt noch ein Internet. Das hast du folgendes geschrieben. Sei Küsschen, endlich bist du dran. Direkt zu Anfang. Vielen Dank für alles, dass deine Unterstützung ist. Da haben wir dafür erstmal einen Kuss. Babelack will dir auch was schreiben. Katzenpfote. Sorry, dass du so lange warten musstest. Love. Dude, love. Und dann noch ganz viele ausgeschriebene Emotes. Und eine 34. Das habe ich bei Sei Kusser. B kommt. Wo kommt der? So Jan, an dieser Stelle auch von mir herzlichen Glückwunsch zur Vaterschaft. Ich wünsche euch alles, alles Gute mit dem Kind und mit dem Haus, mit allem anderen, was auch noch geplant ist. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei der Community und auch bei dir, Jan, für die Streams bedanken, die für mich jede Woche ein fester Bestandteil meines Lebens geworden sind. Jede Woche drei feste Termine. Und gerade in so einer Zeit wie jetzt, in der ich halt ein Jahr lang zu Hause saß und nichts zu tun hatte, außer die Streams, war das für mich immer so eine Art Ankerpunkt, so eine Art fester Termin eben, an den ich mich halten konnte und der mir so ein bisschen Struktur ins Leben gebracht hat. Und ich denke mal, das wird auch noch lange so bleiben und ich hoffe es natürlich. Ich bin jetzt schon seit über vier Jahren dabei und seit über drei Jahren schon Mod. Und auch wenn man bei der Community als Moderator nicht so viel zu tun hat, weil ihr wirklich euch alle relativ gut benehmen könnt, muss man mal sagen. Ich habe Moderation von Online-Chats in meinen Lebenslauf geschrieben und das geht nur dank dem Stream, dank Jan und dank der Community. Und ich freue mich darüber, davon ein Teil sein zu dürfen und so eine verantwortungsvolle Rolle einnehmen zu dürfen. Alles Gute, Jan. Jo, Jan, ich wollte mich einfach mal bedanken für die ganzen Jahre, die du mich schon unterhältst. Glückwunsch zum Kind und weiterhin für Glück beim Streamen und im Leben. Grüße Sonntag und P-P-P-P-Pussi. Hey, Jan, alles Gute zur Geburt deiner Tochter. Danke dir für die inzwischen fast drei Jahre Unterhaltung, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Für deine guten Plays bist du zwar nicht bekannt, von Zeit zu Zeit kommt dazu unsere alle Überraschung, aber doch der eine oder andere gute Play zustande. Tschüss. Okay, Idri. Loll. Putz. Der Aim-Bot, Alter. Alter, what the fuck? Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Alter, what? Das kann das unterklippen. Ach, Schüssel, Alter. Komm. Oh, Leute. Also, das kann man schon vielleicht mal möglicherweise klippen. Keine Ahnung. Das hätte 84 Euro gekostet und das Mikrofon. Dafür will ich doch als... Ich hatte alles schon im Warenkopf und dachte, nee, was... Alter, was war das? Oh mein Gott. Ich bin gesprungen, hab mich geduckt und hab über die Fresse geschossen. Nicht, bitte komm jetzt nicht. Dankeschön. Danke, danke. Kannst du kommen, kannst du kommen. Oh mein Gott, ich hab ihn gehandshottet und ich werd gebannt. Na gut, er hat er auch durchgeschossen. Ganz close. Ja. Oh, Larry. Alter. Merkst du gerade, wenn man wieder haarslaft? Ja, da war man natürlich für dich, ne? Moin Jan. Ich wollte dir nur alles Gute zur Geburt wünschen. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit mit deiner Frau und deinem Kind. Und ich bedanke mich für die ganzen tollen Streams, die du für uns gemacht hast. Und ich freue mich auf jeden weiteren Stream. Hey Jan, zu Beginn erstmal herzlichen Glückwunsch zur Geburt von deinem Kind. Ich hoffe, dass es euch allen drei gut geht. Und wünsche euch oder dir und deiner kleinen Familie natürlich nur das Beste und viel Gesundheit für die Zukunft. Und ich wollte mich auch einfach mal bedanken für die klasse Streams. Ich bin, ich glaube, für mittlerweile über vier Jahren oder sowas auf deinen YouTube-Kanal gestoßen. Und ja, in den Streams noch nicht so ganz so lang dabei. Aber trotzdem feiere ich einfach deine Streams und ich feiere die Community. Und hoffe, dass es noch lange so weitergeht. Und ja, danke dafür einfach. Later. Hello, Bubbler. Ich bin Sedonte Derisch. Ich wünsche dir und deiner Frau alles, alles Liebe und Gute zur Geburt. Und viel Gesundheit. Machst du weiter beim Stream. Immer mal wieder gerne dabei. Bis denne. Hey Jan, hier ist Hansa. Ich wollte dir alles Gute wünschen zum kommenden Wind. Also nicht schon da ist, aber ich glaube nicht. Und dass es alles bei der Geburt gut geht. Und dass es gesund bleibt. Und gut aufwächst und so weiter. Und dass ihr keinen Stress habt an der Familie. Ja, das war eigentlich alles. Wir sollten, glaube ich, die Nachricht klein halten. Wir verhielten noch ein paar Pro-Momente von dir, Jan. Noch einer, links, Window. Mitte einer. Mitte, Mitte, Mitte. Die flashen mich weg. Ich sehe gar nichts. Oh mein Gott, das wäre, sorry. 54 in 2, what the fuck. Solange ich schön die Utilities gescheit und nur das ansagen und sowas, müsste das passen. Oh mein Gott. Die Xbox-Mob, ich habe so laufen, ist aber nicht mehr geworfen. Ein, zwei Steins von Mitte zu B. Und Chirar ist kaputt. So war es, ne? Ja, schade weiter. Demi wäre so stolz auf mich. Sente. Das sind zwei Mitte zu B. Das ist mit dem Jumpthrow natürlich. Ich habe meinen Jumpthrow nicht gedrückt. Schon wieder ein Collateral. Also ich habe jemanden noch gehittet scheinbar. Nein, nein, ist nur der Bot. Ist nur der Bot. Könnte vorhin das gleiche gewesen sein, übrigens. Ich kratze mir mal kurz in der Nase. Alter, Falter. Oh, das ist aber nicht schlecht. Das ist gerade mal nicht schlecht. Ach du Pieches, ich zeig dir gerade mal was. Pass auf, Alter, hey. Alter, Mann. Er war unter mir. 5 Euro an Jan Easy. Guck mal, was Seikusa schon ausgasen hat. Und Seikusa ist auf jeden Fall clear in his man. Oh, Kina-Kumpel. Oh. Och nee. Drecksau. Scheiße, was? Ach komm, die habt doch jetzt nicht echt geäkert, Jungs. Drecksau. Scheiße. Wie man eigentlich dann am... Oh mein Gott. Moin Jan, hier ist der Patrick. Und auch von mir einmal. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Und ich wünsche dir und deiner neu gegründeten Familie nur das Beste für die Zukunft. Du bist ein geiler Typ und ich weiß, du wirst noch ein viel geilerer Vater sein. Also, bleib so wie du bist. Hey Jan, DevScout hier. Seit vier Jahren bereichest du nun mein Leben und es ist immer wieder nice, bei den Streams und auf YouTube vorbeizuschauen. Und jetzt ist ja auch bald noch ein Jan Junior am Start. Also, alles Gute und danke für die großartige Unterhaltung. Hey Jan, herzlichen Glückwunsch zur Geburt des kleinen Bubblers. Deine Streams sind echt mega cool. Die machen echt viel Spaß. Macht Spaß zuzugucken, mitzuspielen. Die Community ist echt top. Alles nette Leute und mach einfach weiter so. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Liebe Grüße, Debbie. Jo Jan, es geht. Das hier ist für dich. Zuallererst alles Gute zu deinem Kind. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Du hast es dir verdient. Du machst so einen geilen Job auf YouTube, auf Twitch. Du unterhältst jedes Mal aufs Neue jeden deiner Zuschauer. Es ist einfach grandios. Deine Community ist der Hammer. Es ist einfach unglaublich. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue dabei sein zu dürfen. Ein Teil sein zu dürfen. Einfach geil. Ich liebe dich. Deine Breaks. Ich liebe dich. Banane ist down. Da ist aber noch einer close. Oh Gott, ich sterbe. Nein, nein, nein. Ah, mein Arsch. Abwarten. Diese 300er Dinger oder wie viel Schuss die haben. Die so, ihr wisst schon, was Heuler sind. Und PC ist hier ein Bruiser. Richtiger Bruiser. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Quadrathafen. Vielen Dank für deine Abonnementverlängerung. Auch ich wünsche dir und deiner kleinen Familie alles Gute für die Zukunft. Hab viel Freude mit eurem Nachwuchs. Und von meiner Seite aus, bleib einfach, wie du willst, Jan. Man hört und sieht sich. Ciao. Bad Moon Ende. Juh, Jan. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem kleinen Baby. Das alles so wird, wie ihr euch das vorstellt. Und liebe Grüße von Borg. Ja, Jan. Auch von mir. Alles, alles Gute für euch und euer Kind. Ich wünsche euch ganz viel Glück und Gesundheit. Und besonders eurem Kind, dass ihn oder ihr möglichst viele des zwei Games erspart bleiben. Ich hoffe, dass du uns auch weiterhin so gut entertainst und wir als Community noch lange zusammenbleiben. Alles Gute. Moin Jan. Ich wünsche euch beiden alles Gute zum Gamer-Nachwuchs. Habt eine fantastische Zeit zu dritt und viel Erfolg bei allem, was ihr euch so wünscht und vornehmt. Willkommen im Club der Daddys. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Daddy-Dasein. Und ich hoffe, auch dir gelingt so eine gute Erziehung wie mir. Handy und Getränk. Vielen Dank. Ja, Jan. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Eigentlich hätte er so jüngst jetzt auch noch hier ein Video gehabt. Aber leider konnte er nichts mehr aus gesundheitlichen Gründen einchecken. Ich habe mit ihm eine Zeit lang geschrieben gehabt. Und er meinte, dass er da auf jeden Fall Bock drauf hat und das auch machen würde. Aber naja. Ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß beim Zugucken. Hey, Jan. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video anfangen soll. Erstmal wünsche ich dir alles Gute zur Geburt deiner Tochter. Ich bin jetzt seit über drei Jahren schon am Start. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, nicht jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag dir beim Zocken zuzuschauen. Momentan ist es ein bisschen schwierig bei mir, weil ich viel arbeite und dadurch nicht jeden Stream dabei sein kann. Aber es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Ich bin auch sehr dankbar darüber, dass ich bei dir im Stream-Mob bin. Es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass du mich da ausgesucht hattest, als ich mich damals so angestrengt und bemüht habe. Also ein dickes Dankeschön dafür. Ich würde jetzt in dem Video auch noch viel mehr sagen, wofür ich mich auch bedanken könnte. Aber dann würde das Video viel zu lang werden. Ich habe ein kleines Recap vorbereitet. Mit Clips, die du später deiner Tochter zeigen könntest. Oder vielleicht auch nicht. Also manches sind dabei, die solltest du auf jeden Fall nicht zeigen. Zwischendurch kommen auch nochmal Glückwünsche von anderen Personen. Lieber nicht. Also, viel Spaß. Nice. Hey, ma hallo. Hi, Mann. Go, go, go. Bitte. Be, 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 be. Guck. Hey, der ist sie. Bitte. Ist sie. Mann. Ich bin so tätig. Werde ich nicht machen, Kober. Ab. Ab. Nein, bin ich nicht, Mann. Hey, Jan. Ich wünsche dir, deiner Frau und der kleinen Madame alles Gute zur Geburt. Viel Energie für die nächsten 18 Jahre. Und sei nicht traurig, wenn die Kleine schon jetzt mehr Haare hat als du. Sehr weh. Ich kann es einfach nicht fassen. Der wird Vater? Genau das habe ich nicht gedacht, als ich das erste Mal gehört habe, dass du Vater wirst. Ganz im Gegenteil. Eben weil wir uns schon so lange kennen, weiß ich ganz genau, du wirst einen großartigen Vater abgeben. Du wirst deine Tochter mit Liebe und Geborgenheit überhäufen, wirst ihr Fels in der Brandung sein, ihr die Schamesröte mit deinen Dad-Jokes vor ihren Freunden ins Gesicht treiben und ihrem Freund ein Vier-Augen-Gespräch bieten, das seinesgleichen sucht. Glücklicherweise ist ihr Natursekt sehr genehm. Daher wird dir auch das ganze Windel-Dilemma keine Probleme bereiten. Von uns allen herzliche Glückwünsche an die frisch gebackenen Eltern. PS. Ich beneide nicht den Schmock, der deiner Tochter jemals Unrecht antun sollte. Denn wir stehen hinter euch und würden so ein Unrecht niemals ungeschoren davon kommen lassen. Alles Gute. Hey Jan, 31 Monate bin ich jetzt schon sub bei dir und 31 Monate bereichertest du mein Leben mit deiner offenen und lustigen Art. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, nicht jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag darauf zu warten, dass du online kommst, um mich und die Community mit deiner einzigartigen Weise zu unterhalten. Ich wünsche dir vom ganzen Herzen das Beste für dich und deine Familie. Ich bin davon überzeugt, dass du ein großartiger Vater wirst. Ach, und hoffentlich arbeitest du in Zukunft daran, mehr auf das Spiel zu achten und weniger auf den Chat. Einfach bei Aldi und Nidl, irgendeine russische Woche, da habe ich mir dann so ein paar Teilchen geholt, hier, Borscht, so, war glaube ich im Glas oder in der Dose. Weißt du, so, für den Vorrat, habe ich aber schon längst aufgeregt. Russische Woche, Alter. Was trinkst du am... Banana eingenommen? Wow, äh, äh, ist das schon das Spiel? Ich habe gesagt, es ist keine Bödenmaschinen. Bären. Was habe ich denn da? Nein, Baumarkt kannst du uns davon verkaufen, kannst du nicht, ich höre es. Möglich, viele kaufen, ich gebe zu, ich habe einen Fehler gemacht. Alles ist gut, alles ist gut, ich habe es gut im Griff gehabt, kannst du dir vorstellen. Guck mal. Das war das, wo ich auf Inferno stand, da stehe ich auf. Was ist das? Und ich war noch gar nicht tot. Die Runde war noch nicht vorbei. Mein Arm ist jetzt lange genug, jetzt hier nicht, ich kann jetzt, man. Öh, ich bin nur noch am Leben, ne? Ich bin nur noch am Leben. Ipetrain-Emote. Wurde keiner. Leute, tut, 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 vielen Dank. Ich probiere mein Glück. Ich bin komplett neben der Spur. Gamehack stinkt, das ist halt so eine Seite, wo ich bin da, wo man sich Punkte verdienen kann, wenn man so dummer aufhörern macht. Nach 1,5 Stunden ist die Zeitung übergegangen. Da hatte ich noch viel voll. Ja, wir machen später bestimmt noch einen Trainers. Hast du folgendes geschrieben, sei Küsschen, endlich bist du dran. Direkt zu Anfang, vielen Dank für alles, deine Unterstützung ist der Hammer, dafür erst mal einen Kuss. Babelack will dir auch was schreiben, Katzenpfote. War ich denn da? Sorry, dass du so lange warten musstest. Love, dude, love. Und dann noch ganz viele ausgeschriebene Emotes. Und eine 34. Das war auch. Das habe ich bei Saikusa. Was ist das denn? Wo kommt denn? So Jan, an dieser Stelle auch von mir herzlichen Glückwunsch zur Vaterschaft. Ich wünsche euch alles, alles Gute mit dem Kind und mit dem Haus, mit allem anderen, was auch noch geplant ist. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei der Community und auch bei dir, Jan, für die Streams bedanken, die für mich jede Woche ein fester Bestandteil meines Lebens geworden sind. Jede Woche drei feste Termine. Und das gerade in so einer Zeit wie jetzt, in der ich halt ein Jahr lang zu Hause saß und nichts zu tun hatte, außer die Streams, war das für mich immer so eine Art Ankerpunkt, so eine Art fester Termin eben, an den ich mich halten konnte und der mir so ein bisschen Struktur ins Leben gebracht hat. Und ich denke mal, das wird auch noch lange so bleiben. Und ich hoffe es natürlich. Natürlich. Ich bin jetzt schon seit über vier Jahren dabei und seit über drei Jahren schon Mod. Und auch wenn man bei der Community als Moderator nicht so viel zu tun hat, weil ihr wirklich euch alle relativ gut benehmen könnt, muss man mal sagen. Relativ. Ich habe Moderation von Online-Chats in meinen Lebenslauf geschrieben und das geht nur dank dem Stream, dank Jan und dank der Community. Und ich freue mich darüber, davon dann teil sein zu dürfen und so eine verantwortungsvolle Rolle einnehmen zu dürfen. Alles Gute, Jan. Jo, Jan, ich wollte mich nochmal bedanken für die ganzen Jahre, die du mich schon unterhältst. Glückwunsch zum Kind und weiterhin viel Glück beim Streamen und im Leben. Grüße, Sonnton. P-p-p-pussi. Puss-p-p-pussi. Alles Gute zur Geburt deiner Tochter. Danke dir für die inzwischen schon fast drei Jahre Unterhaltung, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Für deine guten Plays bist du zwar nicht bekannt, von Zeit zu Zeit kommt dazu unsere alle Überraschung, aber doch der eine oder andere gute Play zustande. Manchmal schieße ich auch. Aaaaaaah! Ha! Zieh! Okay, Idri. Puts! Der Aim-Bot, Alter. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Okay, ne. Alter, what the fuck! Der Bildschirm an. Hat er nicht gewonnen! Alter, what? Ey, wir hätten aber auch dabei her. Wieder zu fett da hochzukommen. Oh, Leute! Also, das kann man schon vielleicht mal möglicherweise klippen. Komm. Das hätte 84 Euro gekostet, nur das Mikrofon. Dafür will ich doch als... Ich hatte alles schon im Wahn gekauft und dachte, nee, was nicht. Alter, was war das? Oh mein Gott! Ich bin gesprungen, hab mich geduckt, hab mir die Fresse geschossen. Nee, bitte komm jetzt nicht. Dankeschön, danke, danke. Kannst du kommen, kannst du kommen. Finde ich sehr schön, dass ihr da sowas reinmacht, wo ich auch was treffe. Oh mein Gott, ich hab ihn gehandshotet und ich werd gebann. Ich werd gebann. Na gut, aber er hat ja auch durchgeschossen. Ganz close. Ja. Oh, Larry! Das war, das war bei ein internes. Alter! King Lautner. Merkst du grad, da muss ich wieder hart schlafen? Werner, war man natürlich für dich, ne? Moin Jan. Ich wollte dir nur alles Gute zur Geburt wünschen. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit mit deiner Frau und deinem Kind. Und ich bedanke mich für die ganzen tollen Streams, die du für uns gemacht hast. Und ich freue mich auf jeden weiteren Stream. Hey Jan, zu Beginn erstmal herzlichen Glückwunsch zur Geburt von deinem Kind. Ich hoffe, dass es euch allen drei gut geht. Und wünsche euch oder dir und deiner kleinen Familie natürlich nur das Beste und viel Gesundheit für die Zukunft. Und ich wollte mich auch einfach mal bedanken für die klasse Streams. Ich bin, ich glaube, für mittlerweile über vier Jahre oder sowas auf deinen YouTube-Kanal gestoßen. Und ja, in den Streams noch nicht so ganz so lang dabei. Aber trotzdem feiere ich einfach deine Streams und ich feiere die Community. Und hoffe, dass es noch lange so weitergeht. Und ja, danke dafür einfach. Later! Later! Hello, Bubbler. Ich bin's, der Don Tedarich. Ich wünsche dir und deiner Frau alles, alles Liebe und Gute zur Geburt. Dankeschön. Viel Gesundheit. Mach's so weiter mit dem Stream. Immer mal wieder gerne dabei. Bis denn, mach ich. Oh Jan, hier ist Hansa. Ich wollte dir alles Gute wünschen zum kommenden Wind, weil es nicht schon da ist, aber ich glaube nicht. Und dass es alles bei der Geburt gut geht und dass es gesund bleibt und gut aufwechst und so weiter. Und dass ihr keinen Stress habt an der Familie. Alles super. Ja, das war eigentlich alles. Wir sollten die Nachricht klein halten. Wir verhielten noch ein paar Pro-Momente von dir, Jan. Oh, einer. Pro-Momente. Mitte, 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 Mitte. Die flashen mich weg. Ich sehe gar nichts. Ich mache mir die Smoke gemeint für das Scheiß. Oh Gott, das will. Sorry. 54 in 2, what the fuck. Solange ich schön die Utilities gescheit und nur das ansagen und sowas. Aber ich nehme nur eine Hand an der Finger. Oh mein Gott. Xbox Smoke, ich habe so lange aufs Smoke. Ich habe nicht mehr geworfen. Warte, Xbox Smoke. Demi guckt jetzt ganz genau. Demi wäre da stolz auf mich. Das ist ein Jump-Problem natürlich, Tim. Oh mein Gott, das war nicht so. Das könnte nicht mal ein Versuch werden. Ich habe meinen Jump-Problem nicht gedrückt. Schon wieder ein Collateral. Also, ich habe jemanden noch gehittet scheinbar. Nein, nein, ist nur der Bot. Ist nur der Bot. Könnte vorhin das gleiche gewesen sein, übrigens. Ich tratze mich mal kurz in der Nase. Alter, Walter. Das ist aber nicht schlecht. Das ist gerade mal nicht schlecht. Ach du Peaches, ich zeige dir gerade mal was. Pass auf, Alter. Hey. Er war unter mir. Ich trat ziemlich gut, ich weiß. 5 Euro an Jan. Easy. Guck mal, was Sai Kusa schon ausgasen hat. Und Sai Kusa ist auf jeden Fall clear in his man. Was? Oh, ich habe gekauft. Oh nein. Das hat Breakman geschrieben, dass ich kaufen soll. Ach kommst du, die habt doch jetzt nicht echt geekoet, Jungs. Also wirklich. Kann sich die Scheibe abschalten, die Problematik dann haben. Oh mein Gott. Moin Jan, hier ist der Patrick. Und auch von mir einmal, alles Gute, herzlichen Glückwunsch und ich wünsche dir und deiner neu gegründeten Familie nur das Beste für die Zukunft. Du bist ein geiler Typ und ich weiß, du wirst noch ein viel geilerer Vater sein. Also, bleib so wie du bist. Hey Jan, DevScout hier. Seit vier Jahren bereichst du nun mein Leben und es ist immer wieder nice, bei den Streams und auf YouTube vorbeizuschauen. Und jetzt ist ja auch bald noch ein Jan Junior am Start. Also, alles Gute und danke für die großartige Unterhaltung. Hey Jan, herzlichen Glückwunsch zur Geburt des kleinen Bubblers. Deine Streams sind echt mega cool. Die machen echt viel Spaß. Macht Spaß zuzugucken, mitzuspielen. Die Community ist echt top. Alles nette Leute und mach einfach weiter so. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Liebe Grüße, Debbie. Ich hab ein bisschen... Jo Jan. Hab ich im Auge. Das geht. Das hier ist für dich. Zuallererst, alles Gute zu deinem Kind. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Du hast es dir verdient. Du machst so einen geilen Job auf YouTube, auf Twitch. Du unterhältst jedes Mal aufs Neue jeden deiner Zuschauer. Es ist einfach grandios. Deine Community ist der Hammer. Wir sind schon heftig, ja. Aber unglaublich. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue dabei sein zu dürfen. Ein Teil sein zu dürfen. Einfach geil. Ich liebe dich. Deine Breaks. Deine Breaks. Treff ich jetzt wieder was? Mit der Banane ist down. Da ist aber noch einer close. Oh Gott, ich sterbe. Nein, nein, nein. Ah, mein Arsch. Abwarten. Diese 300er Dinger oder wie viel Schuss die haben? Die so... Ihr wisst schon, was Heuler sind, ne? Und PC ist ja ein Bruiser, ne? Ein richtiger Bruiser. Aus. Oh, shit. Quadrathafen, vielen Dank für deine Abonnementverlängerung. Auch ich wünsche dir und deiner kleinen Familie alles, alles Gute für die Zukunft. Hab viel Freude mit eurem Nachwuchs. Und von meiner Seite aus, bleib einfach, wie du willst, Jan. Man hört und sieht sich. Ciao. Red Moon Ende. Danke schön. Jan, ich wünsche euch viel Spaß mit eurem kleinen Baby. Das alles so wird, wie ihr euch das vorstellt. Und liebe Grüße vom Borg. Ja, Jan. Auch von mir. Alles, alles Gute für euch und euer Kind. Ich wünsche euch ganz viel Glück und Gesundheit. Und besonders eurem Kind, dass ihn oder ihr möglichst viele der zwei Games erspart bleiben. Ich hoffe, dass du uns auch weiterhin so gut untertrainst und wir als Community noch lange zusammenbleiben. Alles Gute. Hau rein, Demi. Moin Jan, du du nur hier. Ich wünsche euch beiden alles Gute zum Gamer-Nachwuchs. Habt eine fantastische Zeit zu dritt und viel Erfolg bei allem, was ihr euch so wünscht und vornehmt. Willkommen im Club der Daddys. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Daddy-Dasein. Und ich hoffe, auch dir gelingt so eine gute Erziehung wie mir. Da ist er. Handy und Getränk. Wie sie schon gewartet hat. Vielen Dank. Wo war der Knicks, hä? Ja, Jan, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Eigentlich hätte Söhrings jetzt auch noch hier ein Video gehabt. Aber leider konnte er nichts mehr aus gesundheitlichen Gründen einchicken. Ich habe mit ihm eine Zeit lang geschrieben gehabt. Was ist das echt jetzt? Herr Söhrings? Der meinte, dass er da auf jeden Fall Bock drauf hat und das auch machen würde. Aber naja, hoffe, dort ist es trotzdem Spaß beim Zugucken. Ja, Sniesel, den hatte ich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für das Video. Ich habe zwar mit irgendwas gerechnet, ihr habt ja gesagt, es gibt Überraschungen, aber dass es dann sowas wird. Also mit so einem edlen Video, wo so viele mitgemacht haben und so schöne Worte für mich und meine Familie dagelassen haben. Damit habe ich echt nicht gerechnet und ich denke, man merkt, dass es mich ein paar Mal ein bisschen feucht gemacht hat im Augenwinkel. Also wirklich ein Dankeschön an alle. Natürlich vor allem an Sniesel, weil er das ja auf die Beine gestattet hat, aber logischerweise auch an alle, die dabei mitgewirkt haben. Und natürlich ist es noch, denke ich, erwähnenswert, dass nach diesem Video dann ungefähr 520 Subs verschenkt wurden. Circa, ich glaube, es waren 520. Wir waren ja so plus minus, also komplett insane. Vielen, vielen Dank für alles. Love! Love! Untertitelung des ZDF für funk, 2017